Die Grafton Street, die Haupteinkaufsstraße in Dublin. Hier hat eines der ältesten und bekanntesten Cafés Irlands seinen Sitz. Das Bullies Oriental Café. Parekh O'Gallagher will hier mit mir frühstücken. Sein Vorschlag? Ein Full Irish Breakfast. Ein irisches Frühstück mit allem also. Vor rund zweieinhalb Jahren haben wir den gebürtigen Iren zum ersten Mal getroffen. Wir schauen uns den Beitrag von 2011 an. Damals besuchten wir Parekh O'Gallagher in seinem Restaurant Gallagher's Boxty House. Bereits zu jenem Zeitpunkt war das Lokal seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe in Dublin. Hier zeigte uns Parekh O'Gallagher, wie man den typisch irischen Eintopf Iris Stew kocht. In dem Beitrag haben Sie gesagt, dass Kochen Ihre Leidenschaft ist. Ist das immer noch so? Absolut. So war es schon immer und so wird es immer bleiben. Ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf die Arbeit. 16 Stunden sind normal. Ein Acht-Stunden-Tag ist für mich Halbtagsarbeit. Inzwischen ist Parekh O'Gallagher Präsident des irischen Restaurantverbandes. Und er wirbt gerne für die 500.000 Einwohner Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Unser erstes Ziel? Eine der größten Touristenattraktionen der Stadt. Das Trinity College, gegründet 1592. Hier lagert eines der bedeutendsten Bücher des Mittelalters. Das Book of Kells, das Buch der Kelten aus dem 9. Jahrhundert. Um das Buch zu schützen, darf es nicht gefilmt werden. Wir müssen uns mit den ausgestellten Bildern begnügen. Für viele Iren ist ihre keltische Herkunft auch heute noch wichtig. Ebenso wie die irische Sprache. Es ist eine sehr alte Sprache mit nur 18 Buchstaben. Jirgit heißt Hallo und bedeutet genau übersetzt Gott sei mit dir. Das Irische wurde vor ein paar Jahren von der EU zur offiziellen Sprache erklärt, aber es müsste von noch mehr Leuten gesprochen werden. Und weiter geht es durch die Geschichte Irlands mit der ältesten Kathedrale der Stadt, der Christchurch aus dem frühen 13. Jahrhundert. Wir bekommen exklusiven Zugang zum 48 Meter hohen Glockenturm. Für Parake or Gallagher geht hier ein Wunsch in Erfüllung. Er darf selbst die Glocken läuten. Entlang des Flusses Liffy geht es weiter durch die Stadt. Parake or Gallagher will mir einen weiteren Irland-Klassiker zeigen, den Whisky. Jameson ist die größte und bekannteste Marke des Landes. Hier kann man eine stillgelegte Destillerie besichtigen. Und anschließend natürlich Whisky verkosten. Im Gegensatz zum Schottischen wird der irische einmal mehr, nämlich dreimal destilliert. Welche Bedeutung hat Whisky für die Iren? Wir nennen es Ischgabaha, das Wasser des Lebens. Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Und da es sich auf leeren Magen schlecht trinkt, schaffen wir uns erst einmal eine Grundlage. Natürlich in Parake or Gallagher's Restaurant, dem Boxty House. Gelegen mitten im Ausgebviertel Temple Bar ist es mit seiner irischen Küche ein Touristenmagnet. Doch die Wirtschaftskrise hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die letzten fünf Jahre waren katastrophal für das ganze Land. Mein Umsatz hat sich um 60 Prozent verringert. Abends ist es hier voll, aber man muss auch den Rest des Tages füllen. Das einzig Gute ist, dass wir dieses Jahr sehr viele Touristen hier in Temple Bar haben. Der Restaurantbesitzer hofft darauf, dass noch mehr Touristen nach Dublin kommen. Bis zu sieben Millionen sind es schon jetzt jedes Jahr. Und das ist hier überall zu spüren. Am Abend wird Temple Bar zur Vergnügungsmeile. Für Parake or Gallagher ist Dublin die lebenswerteste Stadt Irlands. Was lieben Sie am meisten hier? Die Menschen. Die sind wunderbar. Ich stamme ursprünglich aus dem Nordwesten des Landes, aber hier in Dublin kümmert es keinen, woher du kommst. Die Leute sind offen, die Atmosphäre ist gut, die Bars sind toll. Das will mir Parake or Gallagher persönlich beweisen in der bekanntesten Kneipe der Stadt, dem Temple Bar Pub. So lassen wir den Tag ausklingen, wie es sich für einen echten Dublin-Besuch gehört. Mit Guinness-Bier und irischer Live-Musik. I believe, won't you tell me who you shall Who you shall Who you shall Vielen Dank.